Kollege Kai Wittegger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Das Ziel des Armuts- und Reichtumsberichts ist es, dass wir die Lebenslagen von Millionen von Menschen in Deutschland besprechen. Und ich finde, Sie hätten es auch verdient, insbesondere, dass wir die Menschen, die in Armut leben, besonders in den Blick nehmen. Weil Sie haben keine Lobby und Sie hoffen darauf, dass wir als Politiker Ihnen zuhören und Ihre Situation verstehen, wissen, vor welchen Herausforderungen Sie stehen und wir mit unseren Konzepten Ihnen helfen. Aber, Frau Kollegin Kipping, stattdessen haben Sie sich mal wieder dafür entschieden, eine billige Drei-Groschen-Oper aufzuführen. Im ersten Akt rücken Sie das Land nah an den sozialen Abgrund. Im zweiten Akt werfen Sie der Regierung Untätigkeit vor. Und im dritten Akt kommen Sie mit Lösungskonzepten um die Ecke, die niemanden, insbesondere nicht den Armen, helfen. Und ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, ob es eine Tragödie oder eine Komödie ist. Ich fürchte bloß, dass das, was Sie hier aufführen, noch nicht mal drei Groschen wert ist. Ich habe ja Verständnis dafür, wenn Sie die soziale Ungerechtigkeit anprangern in diesem Land, wenn Sie die Spaltung unseres Landes beklagen. Das ist Ihr Geschäftsmodell. Darauf basiert Ihr politisches Modell. Ohne Armut hätten Sie keinen politischen Auftrag in diesem Land. Aber die Fakten, meine Damen und Herren, sprechen eine andere Sprache. Und ich weiß, dass Sie das nicht gern hören, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen. Fakt ist, dass wir vier Millionen Menschen mehr in Arbeit haben seit 2005. Fakt ist, im Berichtszeitraum dieses Armuts- und Reichtumsberichtes sind die Löhne stärker gestiegen als die Gewinneinkommen aus Vermögen und Unternehmen. Fakt ist, dass die Mittelschicht in Deutschland nicht schrumpft, sondern nach wie vor zwei von drei Deutschen ihr angehören. Fakt ist, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen seitdem wir regieren, halbiert worden ist. Fakt ist, dass die Einkommen zwischen der reicheren und der ärmeren Hälfte in Deutschland seit zehn Jahren stabil gleich verteilt ist. Fakt ist, dass der Gini-Koeffizient, ein internationales Maß, in ganz Deutschland seit 2005 konstant um die 0,3 ist. Einer der niedrigsten Werte, die es in der OECD gibt. Fakt ist, dass die absolute Armut in diesem Land um circa 20 Prozent in den letzten zwei Jahren gesunken ist. Fakt ist, dass seit 2005 die Zahl der sogenannten Working Poor, also die von ihrem Gehalt nicht leben können, konstant niedrig ist. Fakt ist, dass die Zahl der SGB-II-Empfänger seit Einführung um fast 20 Prozent auch zurückgegangen ist. Und Fakt ist, dass über 70 Prozent der Menschen in diesem Land sagen, ihnen ging es noch nie so gut wie heute. Und genau deshalb funktioniert diese Ungerechtigkeitsdebatte nicht. Ihre Wirklichkeit existiert nur hier in diesem Plenum. In Deutschland sieht es wesentlich besser aus, als Sie es wahrhaben wollen. Und ich möchte auch ein Wort an die SPD richten in diesem Punkt. Ihre innere Zerrissenheit macht mich da manchmal schon fassungslos. Also Sie müssen sich auch entscheiden. Entweder Sie sind stolz auf diese Entwicklungen, die wir gemeinsam erreicht haben in dieser Bundesregierung. Dann hören Sie aber im Wahlkampf bitte mit dieser Jammerei auf. Oder Sie beklagen gerne wortreich diese angeblichen Ungerechtigkeiten. Aber dann haben Sie eine Mitschuld daran und dann gehören Sie in die Opposition und nicht ins Kanzleramt. Und Ihr Problem ist auch, dass Sie alle sehr statisch sehen. Die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft hat zur Einkommensungleichheit Folgendes geschrieben. Ich zitiere. Es liegt nahe, dass die Alterszusammensetzung eine entscheidende Rolle für Ungleichheitsanalysen spielt. Insbesondere bei der Interpretation jährlicher Einkommensungleichheit im Bevölkerungsquerschnitt sollte dies beachtet werden. Die Ungleichheit ist in einer Gesellschaft mit relativ vielen älteren Erwerbstätigen höher als in Gesellschaften mit vielen 30 Jahren. Jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Herr Kollege Wittegger, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus den Reihen Ihres Koalitionspartners? Sie meinen jetzt, wer genau? Der Herr Rosemann. Auf die Gelegenheit habe ich vier Jahre lang warten müssen. Da kann ich das ja kaum. Herr Wittegger, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Wenn Sie so scharf darauf sind, dass ich Ihnen eine Zwischenfrage stelle, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das bestimmt auch früher gemacht. Aber ich kann Ihnen dann versprechen, in der nächsten Legislaturperiode stelle ich Ihnen dann früher eine Zwischenfrage. Also ich würde Ihnen gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage, Herr Wittegger, sind Sie nicht vielleicht auch der Auffassung, dass es die Aufgabe verantwortungsvoller Politik ist, dass wir einerseits auf die Dinge, die wir geleistet haben, stolz sind und es auch immer wieder deutlich machen, wo die Erfolge von politischem Handeln liegen. Dass wir aber auf der anderen Seite immer aufgerufen sind, nicht blauäugig durch diese Welt zu laufen, sondern dort, wo es Probleme gibt, diese Probleme zu erkennen, zu benennen und auch nach Lösungen zu suchen, anstatt sich nur auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen. Und die zweite Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist die, können Sie mir eigentlich mal sagen, nachdem Sie die ganzen Erfolge seit 2005 hier aufgezählt haben, die anscheinend wundersamerweise dadurch entstanden sind, dass Frau Dr. Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt worden ist, da können Sie mal vielleicht erklären, welchen Beitrag Frau Dr. Merkel und die von ihr geführten Bundesregierungen und die CDU, CSU eigentlich dazu geleistet hat, nachdem 16 Jahre lang Reformen in diesem Land durch die Regierung von CDU, CSU und FDP verschlafen worden sind und die großen Reformen am Arbeitsmarkt und in den Sozialsystemen in sieben Jahren Rot-Grün durch Gerhard Schröder und seine Bundesregierung vorgenommen worden sind. Erklären Sie mir doch mal in diesem Hohen Haus, welchen Anteil denn Sie und Ihre Fraktion daran haben und welchen Beitrag Sie geleistet haben. Also, Herr Kollege Rosemann, ich bin ja schon fast überrascht über so eine Frage, weil, wenn ich die Geschichtsschreibung rechtlich in Erinnerung habe, war es nicht die schwarz-gelbe Bundesregierung von 1994 bis 1998, die Reformen verschlafen hat, sondern es war eine rot-grüne Mehrheit im Bundesrat, die sämtliche Sozialreformen und andere Reformen, die wir vorhatten im Bundestag, blockiert hat. Und das ist genau der Unterschied, den wir damals unter Ihrer Bundesregierung gemacht haben, als Sie die Agenda 2010 eingeführt haben. Wir haben eben die Partei hinten angestellt und die Verantwortung für dieses Land übernommen, und dem Bundesrat zugestimmt, damit diese Agenda 2010 durchgeht. Und in dieser Bundesregierung sind wir offensichtlich die einzige Fraktion, die dieses Erbe noch verteidigt. Ich komme gerade von einer Podiumsdiskussion mit Ihrer Ministerpräsidentin Dreyer, die gut und gerne das gesamte Hartz-IV-System wieder abschaffen möchte. Da sehe ich nicht, dass die SPD noch zu der Reform steht, die Sie gerade eben lobpreisend hinstellen. Die erste Frage war bezüglich, helfen Sie mir noch mal, die erste Frage, die Sie gestellt haben, war... Das ist bemerkenswert, dass Sie sich die Frage... Bitte? Das ist bemerkenswert, dass Sie sich genau diese Frage... Ja, so, ich bitte jetzt um Unterstützung, indem die erste Frage noch mal kurz umrissen wird. Verantwortungsvoller Politik, sich nicht nur auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen und die eigenen Erfolge abzufeiern, sondern immer wieder zu schauen, wo Probleme sind, diese Probleme zu benennen und dann auch Lösungen aufzuzeigen. Richtig, Herr Rosemann, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich muss Sie da nur ein bisschen um Geduld bitten, weil das kommt am Ende meiner Rede. Noch einmal. Also, Deutschland, da war ich stehen geblieben, Deutschland ist ein Land, das stärker ältert oder schneller ältert, altert. Und deshalb haben wir eine ganz klare Situation. Ältere Menschen verdienen mehr als jüngere Menschen. Und deshalb können Sie die Situation heute, wenn Sie Ungleichheit bewerten wollen, nicht vergleichen mit der Situation vor 20 oder vor 30 Jahren. Und ich finde auch, dass Sie etwas Unredliches tun. Sie unterschlagen zum Beispiel die Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung bei der Vermögensbetrachtung. Wenn man sich nämlich mal anschaut, diese ganzen Vermögensungleichheitsstudien, da wird die gesetzliche Rente nicht mit berücksichtigt. Und würde man das machen, dann würden Sie feststellen, dass 40 Prozent des deutschen Gesamtvermögens in der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Sonst halten Sie die gesetzliche Rentenversicherung hier immer hoch. Aber in dem Punkt unterschlagen Sie das. Und wenn man das nämlich einbezieht, dann sinkt der Gini-Koeffizient nochmal um ein Drittel. Aber ich weiß, die Union ist an allem schuld. Das ist ein beliebtes Spiel. Ich rate nur, einen Blick in den Haushalt zu werfen. Dort haben wir die Ausgaben für Soziales in dieser Legislaturperiode gesteigert von 53 auf 56 Prozent. Das sind immerhin 16 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. Und was haben wir damit gemacht? Der Bund bezahlt jetzt die Betriebskosten für Kitas über 6 Milliarden Euro. Der Bund hat den Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung geschaffen. Der Bund hat die Bildungsausgaben um die Hälfte gesteigert. Der Bund hat das BAföG erhöht. Der Bund hat 20 Milliarden Euro locker gemacht für den Hochschulpakt. Der Bund hat die berufliche Weiterbildung gestärkt, insbesondere für die Älteren und Langzeitarbeitslosen. Die Realschlöhne sind überproportional gestiegen, insbesondere bei geringqualifizierten Teilzeitbeschäftigten und Frauen. Der Bund hat die Rente verbessert, insbesondere die Erwerbsminderungsrente. Und das haben wir sogar zweimal in dieser Legislaturperiode gemacht. Der Bund hat den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ausgeweitet. Und da können Sie jetzt der Bundesregierung vorwerfen, dass nicht jeden Tag die Sonne über Deutschland scheint. Aber im Bereich Arbeit und Soziales, im Bereich der Alleinerziehenden, der geringqualifizierten, haben wir mehr gemacht als jede Bundesregierung seit der deutschen Wiedervereinigung. Und wir brauchen definitiv keine Belehrungen, wie Wohlstand in diesem Land funktioniert. Wir können Wohlstand sehr wohl. Unser Ziel ist deshalb klar, es geht nicht ums Almosenverteilen. Die Würde des Menschen bemisst sich nicht an der Höhe des Sozialtransfers, sondern daran, ob er mit seiner eigenen Hände Arbeit sein Leben bestreiten kann und auf den eigenen zwei Beinen steht. Das ist unser Anspruch als Christdemokraten. Und auch Ihre Schlussfolgerung ist falsch, dass wir mehr Umverteilung bräuchten in Deutschland, damit Sie dann Hartz IV erhöhen können und die Sanktionen abschaffen können und das Rentenniveau allgemein steigern können. Wissen Sie, Sie vergessen zum einen, dass die Umverteilung schon sehr gut funktioniert. Die oberen 10 Prozent bezahlen mehr als die Hälfte des gesamten Steueraufkommens. Die untere Hälfte 7 Prozent. Zum anderen, und das ist ganz klar, davon wird den Armen nicht geholfen. Wir sollten die mal wirklich in den Blick nehmen. Alleinerziehende Frauen, höchste Armutsquote. Was nutzt denen bitte schön ein höherer Hartz-IV-Satz, wenn sie keine Ganztagskita und keine Ganztagsansprüche in der Grundschule haben? Menschen ohne Berufsabschluss. Berufsabschluss. Was nützt denen ein höherer Hartz-IV-Satz, wenn sie keine Chance haben, einen Berufsabschluss zu erwerben in einem hochtechnologischen Land wie in Deutschland? Migranten. Was nützt denen mehr Hartz IV, wenn sie kein Deutsch sprechen können und es keine Sprachkurse gibt? Langzeitarbeitslose. Was nützt denen ein höherer Hartz-IV-Satz, wenn wir uns nicht intensiver um sie kümmern? Und insbesondere auch, die Ministerin hat es angesprochen, Kinder in Hartz-IV-Familien. Was nützt denen mehr Hartz IV, wenn Kinder kein Beispiel vorgelebt bekommen, wie man sein Leben durch Arbeit bestreitet? Und nebenbei, liebe Kollegen von der SPD, auch ein höheres Rentenniveau hilft diesen Gruppen, die von Armut betroffen sind, nicht. Ich zitiere die Forscher der Bertelsmann-Studie. Die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 46 Prozent zielt nicht direkt auf Haushalte an der Armutsschwelle ab. Und das bekümmert mich schon, dass Sie da nicht die Armen in diesem Land im Blick haben. Unser Ziel ist ganz klar, wir orientieren uns am Menschen. Unser oberstes Ziel bleibt, die Wirtschaft auf Kurs zu halten. Da hat die Ministerin recht, dass Arbeit das beste Mittel ist, um Armut zu bekämpfen. Und wir brauchen keine unnötigen Steuererhöhungsdebatten, die die Leute verunsichern, sondern wir müssen die Steuern senken, insbesondere für die Familien. Wir brauchen die Ganztagsbetreuung, auch in Grundschulen. Wir müssen alles tun, dass die Menschen von ihrem Geld wieder etwas aufbauen können, dass sie ihr eigenes Häuschen kaufen können, dass sie Vermögen ansparen können. Und wir sind wild dazu entschlossen, das Versprechen von Ludwig Erhard einzuhalten, dass Wohlstand für alle in diesem Land möglich ist. Deshalb wollen wir auch, und da halten wir an dem Ziel fest, dass wir das Ziel der Vollbeschäftigung in den Blick nehmen. Dazu brauchen wir die Weiterbildung lebenslang. Und es heißt auch, dass wir gerade im Bereich der Landzeitarbeitslosen dringend eine bessere Betreuung brauchen, eine engere Betreuung brauchen, konsequent auf Sprachkurse setzen und Ausbildungsberufe in den Vordergrund stellen. Insofern, wir ziehen als Union frohen Mutes in den Wahlkampf. Die Alternativen liegen, glaube ich, deutlich, deutlich auf dem Tisch. Und wir wollen, dass die Menschen sich hocharbeiten können. Wir wollen, dass sie ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Wir wollen Chancen und Möglichkeiten für die Menschen eröffnen, damit sie sagen können, die Union steht für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.